Musik 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 Ah, ich muss gleich sehen, das ist schön Ich kann mich einfach so halbide an Musik 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 Ich bin zu Ende mit mir. Neufe. Neufe. Der ist klar auf die Beine. Ich bin zu Ende. Tschau. Ich sehe was passiert. Ich krieg ein Pich. Yeeaaah. Befrei die Gorgorogoros-Glau. Ich habe es zu sehen, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, es ist ein Problem. Was ist das denn für eine Mülligkeit? Habt ihr das gesehen? Beste ich einen Stein, der in den Wind wird. Das ist gut! Die Unterwasser-Kämpfe bocklos. Sklavenzelt. Kein Sklavenzelt. Kein Sklavenzelt. Bewaffnet und bereit! Bewaffnet und bereit! Wo sind die Sklavenzellen, verdammt einmal! Ich bin dieses... Hier! Wie weit da vorne ist das? Wo ist das? Wie weit da vorne ist? End die Tiefen. Mit hier! Oh! 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 Solda-Fass! Nein, nein! Es ist reines Können, ein bisschen Glück! Ja, was Neues! Ich rufe das Wasser, mein Ziel und der Gegner in der Nähe einen Punkt zu lassen! Ich bin nicht mehr lieb! Ich bin nicht mehr lieb! Blindheit! Machen wir mal Blitze! Sei mir zu Willen! Es geht zu Ende mit mir! Es ist möglich, dass ich nicht überlebe! Ach, schlimm! Ach, kurz vor Oberfläche! Nein! Dann! Okay! Oh, ne! Ich wollte ja knapp hier! Ja! Äh! Was ist das denn? Angeschlagene Spieler! So! Angeschlagene Spieler! Super! Der verrückt wahrscheinlich auch gleich! Ich werde geheilt! Danke, mein Freund! Dann kann ich das Event ja noch selber machen! Halt! Äh! Ich habe eine Maus und das ist doch früher! So! Was habe ich noch mit dem Glück? Er legt das Wasser an den Gegner an! Huch! Macht 62 Schaden! Das ist schon viel, glaube ich! Was ist das denn? Lässt einen sich langsam drauf bewogen, dass exklusives Luftgeglocken frei ist, um es explodiert ihn zu erreichen, ist natürlich eine Position. Hätte ich das noch vorher gewusst! Heil dich! Ich bin zu Ende mit mir! Ah, an der Oberfläche regeneriert man sich schon mal. Kann schauen. Ich bin zu Ende mit mir. Soll es weiter. Es sollte mehr Abenteuer sein. Ich bin zu Ende. Ich bin zu Ende. Unschuldigung. Oh, kann ich noch mal Punk eingeben, denn er nimmt klar Die Kreidwaren drauf und dran, Quagga zu töten Die Kreidwaren drauf und dran, Quagga zu töten An die Oberfläche mit dir Die Kreidwaren drauf Die Kreidwaren drauf und dran, Quagga zu töten Und dran, Quagga zu töten Das sind die letzten drei Kräfte Die Kreislamen auf und dran, quaggert nur Quaggert Ich hab noch was Neues zu schaffen, ein elektrisches Feld als Gegner in die Kreislamen zu ziehen Ja 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 Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein! Das sieht aber echt cool aus, oder? Es geht zu Ende, mit mir! Ich kann gar nicht gewinnen. Ich will mich aber bewegen. Bewege dich, oh mein Gott! Wirklich? 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 Ich würde sagen, das mache ich dann beim nächsten Mal. Dann seh wir uns den Löwenstein, dann bin ich gleich bei dem Typen. Dann, äh... Mach ich das. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, ich wende jetzt die Aufnahme und sage Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, Tschau.